Was ist denn hier vorne? Da ist ein Portal Und hier Das ist auch ein Portal oben Mach bar sie Wenn Rom mit Bloß Da war noch mal Wenn der Arche bringt Abfall Von 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 Alle sollen durchschmeißen Hier ist ein Block Na ja Mach Kehr Die gehen mal her Die wollen zu ernsthaft ärgern hier, oder? Wie soll ich das denn schaffen hier? Erstmal Stellung halten Die bauen auch Stein ab Das kann nicht wahr sein, ey, dass wir hier wirklich platt gehen Das ist unmöglich Ich hab gebraucht, dass wir keine Neustadt anfangen Jetzt hab ich erstmal wieder meinen Stuhl am Quietschen Ein bisschen rumrücken Ich muss unbedingt hier an den Boden verlegen Und meinen Stuhl holen Hier geht leider müssen wir auch in Open Fünf Arbeiter nur noch Das ist doch nicht wahr So, Haltverbündete und Haltverbündete, das ist super Können wir damit schon mal anfangen Ich will eigentlich auch nicht hier durchgehen Ich will erst mal hier warten Dass ich hier eine schitzende Hand habe da oben Denn ich muss an der Silber kommen Das ist ja schon mal hier Und da wäre es sicher Das ist ja schon mal hier Das ist ja schon mal hier ... ... ... Ich hab immer alles auf eines am besten. Ich muss eigentlich einen anderen Turm errichten. Auf jeden Fall. Ich hab schon wieder einen Turm, dass ich dann da bin. So. Alle wieder da, wir schicken die auch nach hinten. Das kann nicht wahr sein, dass wir das hier nicht schaffen. Wir müssen unbedingt mehr Einheiten haben. Weil wir die 6 hier hinsetzen werden. Da reparieren wir ihn schneller. Maximale Einheit, was haben wir diesmal? 50 als Limit. Wie sollen wir denn damit vorankommen? Mit 50 als Limit. Da kommen wir ja sehr weit mit. Und zwar gar nicht. Ohohoho, das wird hier noch was werden. Das zeig ich euch jetzt schon. Das wird richtig lustig hier. Äh, erhöht den Bau-Maximum-Gereudel der Menschen und erlaubt die Zahl der Menschen zu erhöhen. Okay. Achso, so können wir das auch noch ein bisschen erhöhen, okay. Dann ist das doch schön. Ja gut, ich hab kein Silber mehr. Oh doch. Ich setze auf jeden Fall hier schon mal einen Turm hin. Hinsetzen. Die Schnurzwergenerweiterung fehlt. Es fehlt alles. Es fehlt so viel an Material. Ich mach lieber hier ein paar Unterstützer hier. Aber ich weiß nicht, was hier oben ist. Was ist denn hier oben? Ach, hier ist der Alchemist. Na gut, da ist das. Hier sieht man aus wie geeignete Wiese. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja klar. Das ist noch das aus der ersten Welt. Wenn ihr euch daran erinnern könnt. Das erste Herr heißt glaube ich noch diese. Ach du Scheiße, was kommt denn da in den Wochen? Zeigt ihren Geist. Wie ihr das noch kennt, das erste Herr hieß es. Ja. Das ist noch keine geschworene Spinne. Ich weiß nicht wie. Das ist so lustig hier ey. Oh, das ist natürlich nicht so zöder. Ich glaube, das hat wirklich damals selber geholfen. Aber ich sag mal, das ist ja auch. Wo haben wir noch welche? Ey, das ist doch lieber. Aber vielleicht das beschädigt sie dann, wenn man dann wieder neue machen wird. Wo kommen die denn alle her? Hallo? Oh. Oh. Ja. Popsitätsgeschäft. nur 19 einheiten der tun wir muss fertig werden halt verbunden in der nähe aktivieren